Jetzt gleich. Hier geht es jetzt weiter mit der Podiumsdiskussion zu Lobby und Korruption. Dazu meine Frage an euch und an die Diskussionsrunde. Wie viel Einfluss kann und darf die Lobby und die Wirtschaft auf den Politikbetrieb haben? Wie lange ist eine Politikerin, ein Politiker noch neutral und wodurch wird heute politische Macht gekauft? Mit zwei Anträgen hat Jan Hemme ein Transparenzpaket geschnürt, aber die Frage ist, reicht das oder werden dadurch den Politikern die Hände so geschnürt, dass sie gar nicht mehr handlungsfähig sind? Um diese Fragen zu klären, begrüße ich heute herzlich auf dem Podium Herrn Timo Lange vom Lobby Control, der ist dort Campaigner, Herrn Jochen Bäumel, Vorstandsmitglied bei Transparency International Deutschland e.V. Und Jan Hemme als Antragsteller. Gleich während der Diskussion wird die Lena Simon vom Vöbert noch dazukommen und kurz über den Stand vom Vöbert auf dem Bundesparteitag sprechen. Der Bundestagsabgeordnete Peer Steinbrück und sein Zuverdienst als gefragter Redner sind seit Tagen in aller Munde. Es hagelt Kritik aus allen Lagern, dabei hat er seine Honorare doch jeweils brav veröffentlicht, sagt er zumindest. Herr Bäumel, wo ist das Problem? Also das Problem bei Steinbrück liegt darin, dass er eben nebenbei 600.000 oder noch mehr verdient hat. So sind jedenfalls die Vermutungen, wahrscheinlich ist es noch mehr. Und dass man in der Vergangenheit eigentlich immer versucht hat, genau die genauen Angaben, wie viel ein Abgeordneter nebenbei verdient, versucht hat zu verhindern, dass das veröffentlicht wird. Also das hat angefangen mit einem Skandal. In Düsseldorf war ein Landtagsabgeordneter, der bei RWE einen Schreibtisch hatte, dort nie auftauchte und trotzdem monatlichen Gehalt ging. Das hat also zum großen Aufstand geführt. Debatte im Bundestag, daraufhin sind die Verhaltensregeln geändert worden. Daraufhin hat man auch das Abgeordnetengesetz verschärft und neun Abgeordnete sind vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und haben versucht, diese Verschärfung, davon waren neun von CDU und FDP und einer von der SPD. Sie haben vor dem Bundesverfassungsgericht nicht recht bekommen. So, dann haben sie also eine Regelung gemacht mit drei Stufen, ohne genaue Angaben, sondern dass man maximal 7.000 Euro, war die Stufe 3 und mehr. Das war entweder monatlich oder jährlich und da sind besonders die Anwälte zwischendurch geflippt. Die haben also versucht, möglichst gar nichts anzugeben. Dieses alles muss man sehen, jetzt steht im Mittelpunkt das Mandat des Abgeordneten. Das steht im Abgeordnetengesetz, vorher war das nicht so. Das heißt, das ist seine Hauptaufgabe. Neben Einkünfte darf er, soll er haben. Darüber hat es lange Diskussionen in der Bundesrepublik seit dem Bestehen gegeben, aber man hat gesagt, Abgeordnete sollen immer einen Fuß in der Praxis haben und darum sollen sie auch die Möglichkeit haben, Nebeneinkünfte zu haben. Und man hat nicht versucht, das zu begrenzen in der Höhe, sondern man hat darauf gesetzt, dass die Transparenz dazu führt, dass Ausuferungen diskutiert werden und auf die Art und Weise eine bestimmte Kontrolle einsetzt. Das, muss man sagen, hat genau bei Herrn Steinbrück funktioniert. Insofern ist also die neue Regelung nicht so schlecht, aber es ist so, man kann natürlich nicht erfahren, wie viel die Einflüsse tatsächlich sind. Und besonders die Anwälte drücken sich darum. Es muss also eine Verschärfung geben. Wir sind dafür, dass auf heller und Pfennig offengelegt wird. Da brauche ich keine Bagatellgrenze, nichts. Auf heller und Pfennig offenlegen. Und dann bin ich dabei. Und das kann wie in den Niederlanden passieren. Da funktioniert es ja auch. Warum soll das bei uns nicht gehen? Da wird dann immer sofort der Popanz hochgehalten, dass man dann ja als Freier sich nicht mehr für ein Mandat bewerben würde. Alles Käse. Glaube ich nicht. Die meisten Abgeordneten oder sehr viele Abgeordnete sind auch Freiberufler und besonders Anwälte und die kandidieren nach wie vor. Also da kann ich nur sagen, die Diskussion bei Steinbrück jetzt ist insofern schief, als man ihn kritisiert. Und zwar von Seiten der Koalition, von Schwarz und Gelb, die in der Vergangenheit immer versucht haben, jegliche Transparenz so gut wie möglich zu vermeiden und zu verhindern. Vor drei Jahren hat die Rechtsstellungskommission, das ist so eine Unterkommission des Ältestenrates begonnen, neue Überlegungen anzustellen. Da haben sie zehn Stufen, glaube ich, vorgeschlagen und wollten aber erst ab 10.000 öffentlich machen, was man einnimmt. Daraufhin hat es einen großen Protest gegeben und Lobby Control, mehr Demokratie und wir und Kempbeck zusammen. Wir haben dann eine Aktion gemacht. Wir haben 50.000 Unterschriften gelandet, zusammengebracht und haben die dann auch übergeben. Und das Ergebnis war, das gab dann zwar, glaube ich, sogar eine öffentliche Anhörung dazu und das Ergebnis war, dass die Kommission gesagt hat, ja, das sei ein Missverständnis gewesen. Wenn man dann einzelne Abgeordnete im Privatgespräch, die in dieser Rechtsstellungskommission waren, gefragt hat, dann haben die immer gesagt, das ist gar nicht so, das war kein Missverständnis, sondern das war eben der ausgehandelte Deal. Die Union, die wollte immer, wenn es oben ein bisschen mehr war, wollte sie unten was wegnehmen. Also, die stehen einfach für Intransparenz. Und nach diesen, nach anderthalb Jahren, das war vor eineinhalb Jahren, dass es diesen Protest gab und seither sitzt die Kommission zusammen und bringt nichts zustande und es ist Schweigen im Walde. So, und jetzt haben sich alle über Steinbrück aufgeregt, gerade von der Koalition und darum ist es eine ganz schräge und wie ich finde, total scheinheilige Diskussion, weil sie ihre eigenen Leute drin haben. Herr Riesenhuber hat seit vielen Jahren x, x Mandate und da hat sich nie jemand drüber aufgeregt. Und über Westerwelle, der mindestens so viel verdient hat, wie der Steinbrück, da hat sich auch niemand aufgeregt. Das ist auch nicht diskutiert worden. Jetzt auf einmal und da sagen wir alle sofort auf Heller und Pfennig und dann ist das auch okay. Dann kann die Öffentlichkeit sich sofort drüber aufregen. Dann kann es diskutiert werden und dann werden diejenigen, die ja wieder gewählt werden wollen, sich schon überlegen, was sie machen. Lang genug geredet. Jan, du schlägst nicht nur vor, die Stufenregelung abzuschaffen. In deinem Antrag geht es auch darum, die Nebentätigkeiten von Abgeordneten zu begrenzen und zu sagen, dass Abgeordnete nicht direkt in die Wirtschaft wechseln sollen. Also Herr Bäumel hat ja eine wichtige Sache jetzt schon angesprochen. Das Mandat des Abgeordneten soll im Vordergrund stehen. Das ist nicht nur ein heerer Anspruch, den wir als Bevölkerung unseren Mandatsträger stellen, sondern das steht im Abgeordnetengesetz. Es erschließt sich mir nicht, wieso jemand wie Dr. Joachim Pfeiffer von der CDU, der übrigens überhaupt gar nichts angibt, weil er nämlich einen ganz schlauen Weg gewählt hat, anders als Herr Steinbrück. Herr Steinbrück gibt seine Nebentätigkeiten und seine Nebeneinkünfte wenigstens an. Dr. Pfeiffer macht das ganz anders. Der hat keine Vorträge und hält auch keine Reden, für die er bezahlt wird, sondern nimmt einfach Beiratsmandate an und Aufsichtsratsmandate von diversen Unternehmen oder von Verbänden. So, da bekommt er eine Aufwandsentschädigung und diese Aufwandsentschädigung muss er nicht angeben. Das heißt, jemand aus der CDU, die sich gerade in Steinbrück echauffiert, nutzt einfach ein Schlupfloch, um sich gar nicht in diese Diskussion reinziehen zu lassen. Und bei jemandem wie ein Pfeiffer, da stelle ich mir die Frage, was steht denn da im Vordergrund? Die Abgeordnetentätigkeit oder seine ganzen Beiratsmandate? Jetzt wird er natürlich sagen, ja gut, die Beiratsmandate, die sind zwar honoriert, da bekomme ich eine angemessene Aufwandsentschädigung, aber eigentlich mache ich da ja gar nichts, denn mein Mandat steht im Vordergrund. Dann stelle ich mir die Frage, warum bekommt er dann dafür so viel Geld, so eine schöne Aufwandsentschädigung, wenn er da eigentlich gar nichts macht? Warum bekommt er das dann? Wo ist die Gegenleistung, die er erbringt? Und deswegen ist eine Forderung, die ich hier formuliert habe, und das war auch eine Anregung, die aus dem Liquid Feedback System kam, denn erst war da keine Begrenzung vorgesehen, dass man hier in irgendeiner Form eine Begrenzung einführt. Es kann 5 sein, es kann 6 sein, es kann 8 sein, das kann man leicht über die Geschäftsordnung regeln oder über das Abgeordnetengesetz. Ich sehe das auch nicht als Einschränkung der Berufsfreiheit an, denn dieser Beruf wird sofort kommen. Weil hier der Beruf ist, dass man da hat sozusagen und nicht irgendwelche Beiratsmandate. Und die Berufsfreiheit, die zieht dann ja auch eher auf Selbstständige ab, damit die weiterhin, also nach dem Mandat, wieder in einen Beruf zurückwechseln können. Und das ist hier, hat mit einem Beiratsmandat, mit einem Lobbyverband, überhaupt nichts zu tun. Also deswegen halte ich das für sehr sinnvoll. Herr Lange, Herr Bäumel, wie viel Gehaltstransparenz brauche ich denn jetzt als Bürger, um zu wissen, ob der Abgeordnete unabhängig oder abhängig ist. Ja, das hat Herr Bäumel ja gerade schon gesagt. Das Ziel ist hier, eine Transparenz auf Heller und Pfennig oder Euro und Cent oder welche Währung wir dann auch immer gerade haben, einzuführen, durchzusetzen. Im Moment kämpfen wir eher mit Stufenregelungen. Sie haben sicherlich gehört, in den Medien wird jetzt immer gesprochen von einer Zehnstufenregelung, die auf dem Tisch liegt. Das sind alles Versuche, wo man ein bisschen mehr Transparenz nach oben, ein bisschen weniger unten und dann versucht man da auszugleichen, vielleicht einen Kuhhandel zu machen. Das führt langfristig nicht dazu, dass Interessenkonflikte und darum geht es ja tatsächlich, nachvollziehbar transparent werden für Bürgerinnen und Bürger. Was man auch dazu sagen muss, Interessenkonflikte sichtbar machen, ist der erste Schritt und da finde ich den Ansatz gut, darüber hinaus zu gehen, zu sagen, Transparenz ist wichtig, um über Interessenkonflikte diskutieren zu können, aber Transparenz löst den Interessenkonflikt noch nicht auf. Wenn ich sehe, dass Herr Pfeiffer eine Consulting, eine Beratungsfirma betreibt, über die er wahrscheinlich alle möglichen Einnahmen verschleiern kann, das ist nochmal eine besondere Spezialität der Verhaltensregeln, so wie sie derzeit existieren, dann weiß ich noch lange nicht, in welche Interessenkonflikte er sich begibt und wenn ich das weiß, dann sind sie damit noch nicht ausgeräumt. Von daher als zweiten Schritt darüber zu diskutieren, wie geht man damit um, mit Interessenkonflikten im Bundestag, in den Ausschüssen. Finde ich sinnvoll, auch über Grenzen von Nebeneinkünften zu sprechen, von der Zahl der Beirats- oder Aufsichtsratsposten. Auch das finde ich sinnvoll in der politischen Diskussion. Bei den etablierten Parteien sind wir noch nicht so weit. Hier kämpfen wir wirklich noch um den ersten Schritt, mehr Transparenz. Von daher wäre das gut, wenn die Piraten hier auch vorangehen und die Diskussion ein bisschen weiter treiben. Es ist ja vom Grundsatz her so, dass Abgeordnete zwar Nebentätigkeiten haben dürfen und haben sollen. Vor dem Hintergrund, der Gedanke dabei ist, sie sollen ihren vorherigen Beruf, ihren sogenannten Vorberuf, nicht völlig aufgeben müssen. Es soll die Möglichkeit geben, auch als Anwalt beispielsweise im geringen Umfang weiter tätig zu sein, um nicht völlig rauszufallen aus der Praxis. Aber was wir sehen bei vielen Abgeordneten, ist, dass diese Nebentätigkeiten in Aufsichtsräten, in Beiräten nichts mit ihrer vorherigen Berufspraxis zu tun haben. Die haben sie, gerade weil sie Abgeordnete sind. Dort werden sie dann in Beiräte geholt. Hier geht es immer oder oft auch darum, sich den Zugang zur Politik einzukaufen, sich privilegierte Zugänge zu schaffen. Und das ist ein demokratisches Problem und darüber müssen wir stärker diskutieren. Um noch ein Beispiel dazu zu nennen, Herr Glos, als ehemaliger Wirtschaftsminister, sitzt im Beirat einer Agentur, Consultum Communications, das ist eine PR-Agentur, die unter anderem vom aserbaidschanischen Staat angeheuert wurde, um sogenanntes Country Branding zu betreiben, also das Image des Landes im Ausland aufzubessern. Und Herr Glos ist dann mit zwei anderen Abgeordneten auf Einladung von Aserbaidschan dorthin nach Baku zugeflogen und hat dort Imageaufbesserung betrieben. In der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung ist er natürlich trotzdem der Ex-Wirtschaftsminister von Deutschland und das sind Interessenverflechtungen, die einfach nicht gehen und wo wir darüber diskutieren müssen, wie man da besser rankommt. Auch bei Herrn Steinbrück, um das noch zu ergänzen, haben wir gesehen, Redneragenturen werden dazwischen geschaltet. Das heißt, selbst wenn ich hier eine Transparenz auf Heller und Pfennig hätte, dann würde ich nicht sehen, wer ist der eigentliche Auftraggeber hinter dem Vortrag, von wem bekommt Herr Steinbrück hier letztlich das Geld. Es ist ja völlig irrelevant für mich zu wissen, ob Herr Steinbrück 17.892 Euro von der Agentur Celebrity Speakers bekommen hat. Das sagt mir erstmal gar nichts, sondern ich muss wissen, wer ist hier der Verursacher und auch das muss in den Verhaltensregeln entsprechend geändert werden. Wir brauchen hier ein Verursacherprinzip. Also das kann ich nur unterstützen, ich möchte aber vielleicht eine Differenzierung anbringen und zwar was Beiräte angeht und was Aufsichtsratsmandate angeht. Wenn jemand im Aufsichtsrat ist, dann hat er eine bestimmte Verpflichtung, dann haftet er für das, was in dem Unternehmen geschieht und da muss er sagen wir mal ein Wirtschaftsfachmann sein. Wenn ich aber in einem Beirat bin, dann muss ich gar nichts sein, sondern das ist in der Tat eher eine verschleierte Lobbytätigkeit, die dort stattfindet oder eine Lobbytätigkeit, ich will es mal so formulieren, die von der Firma in der Form eines Beiratsmandats an einen Abgeordneten gegeben wird und da bin ich schon der Meinung, das kann man verbieten, das sollte man auch verbieten, weil das auch nichts damit zu tun hat, mit einem sozialen Engagement in der Gesellschaft, sondern das fällt in die Richtung Interessenskonflikt und das ist auch im Abgeordnetengesetz eigentlich verboten, dass ich als Lobbyist tätig bin. Ich kann nicht Geschäftsführer beispielsweise als BDI oder BDA sein, was theoretisch und was praktisch schon mal in der Vergangenheit stattgefunden hat, aber mittlerweile eben nicht mehr und die Abgeordneten dürfen sich nicht kaufen lassen und wenn ich in einem Beirat bin, dann ist die Gefahr einfach nahe. Von daher sowas verbieten, dann würde ich unterstützen auf jeden Fall, dass man Ross und Reiter nennt und nicht eine zwischengeschaltete Agentur, das hat es ja in Berlin zum Beispiel auch gegeben bei der Veröffentlichung des Sponsorings des Bürgermeisterfestes, da haben sie zuerst auch sich geweigert, die einzelnen Sponsoren offen zu legen, sondern haben das alles über eine Agentur laufen lassen und haben gedacht, damit kann man sich der Pflicht der Veröffentlichung entziehen. Also das sollte man vermeiden, da stimme ich also mit Lobby Control total überein, ich weiß aber nicht, ob man Aufsichtsratsmandate beschränken soll, da wird es sicher Ausuferungen geben, aber wer sagt mir, ob zwei gut sind, ob vier gut sind, also das will ich nicht, sondern da denke ich, hilft die Transparenz zur Kritik und wenn die politische Konfrontation ausbricht, dann wird es auch diskutiert werden. Danke, Jan, du gehst nicht auf diese Differenzierung ein, auf solche Differenzierungen, du sagst einfach nur, es muss begrenzt werden und warum? Meinst du nicht, dass das ein bisschen konkreter sein müsste? Naja, wenn wir jetzt sagen, okay, fünf sind richtig, dann kommt die Diskussion, warum sind fünf richtig und deswegen steht in diesem Wahlprogramm einfach eben keine Zahl drin, sondern erstmal das grundsätzliche Bekenntnis dazu, dass es beschränkt werden muss und dass es beschränkt werden muss, sind wir uns glaube ich alle einig. Wie das dann konkret ausgestaltet werden wird, müsste man dann entscheiden, wenn man im Bundestag gewählt wird, das ist ja noch lange nicht klar, dass uns das gelingt, deswegen wollen wir natürlich hier erstmal die generelle Tendenz, die wir uns vorstellen in dem Bereich von Neuregelungen oder Verschärfungen darlegen und dann ist es aus meiner Sicht eine ganz einfache Antwort auf die Frage, soll man das begrenzen, soll man auch Aufsichtsratsmandate begrenzen, Politik soll gestalten und nicht wie, das kenne ich in voller Schlange sitzen und wenn der Bundestag sagt, wir begrenzen das, dann gibt es eine Diskussion, in welcher Höhe man das begrenzt und diese Diskussion muss man dann führen, aber ich glaube da immer noch an den Gestaltungswillen und den Gestaltungsauftrag der Politik. Herr Lange, Sie haben eben davon gesprochen, dass Politik nicht gekauft werden darf, wie sieht das aus, wenn Veranstaltungen gesponsert werden, durch Sponsoring-Gelder oder durch die Finanzierung von Veranstaltungen, wo ist da der Unterschied zu Parteispenden, wie kann das eine verboten werden und das andere erlaubt, warum differenziert man da? Also erstmal muss man nochmal unterscheiden zwischen Parteisponsoring und Sponsoring im politischen Betrieb allgemein, also Behördensponsoring etwa. Wenn der Bürgermeister oder der Bundespräsidenten fest veranstaltet, dann ist das ja kein Parteisponsoring, sondern da wird eine Veranstaltung gesponsert, wo man sich fragen kann, wenn die Veranstaltung wichtig ist, wenn sie im öffentlichen Interesse ist, dann kann man es auch aus Steuergeldern finanzieren. Warum müssen hier Sponsoren überhaupt auftreten? Das ist eine Diskussion. So, die andere, die ich wichtiger finde, ist die über das Parteisponsoring und da ist in der Tat die Frage, warum differenziert man hier zwischen Parteispenden und Parteisponsoring? Wir sagen, das sollte man nicht tun. Parteisponsoring ist eins der Felder und das sagen nicht nur wir, das sagt zum Beispiel auch die Staatengruppe gegen Korruption des Europarats, wo in Deutschland sehr große Intransparenz herrscht, darüber, wer in welchem Maße von wem gesponsert wird. Ich weiß nicht, wie der Kenntnisstand ist, in den Rechenschaftsberichten der Parteien wird Sponsoring unter dem Punkt Einnahmen aus Veranstaltungen, Publikationen und Sonstiges geführt. Hier erfolgt keine Aufschlüsselung darüber, wie viel davon ist eigentlich Sponsoring und schon gar nicht darüber, welcher Sponsor im Einzelnen, welche Veranstaltung mit wie viel Geld gesponsert hat und das wäre das Mindeste, dass wir auch hier bei Sponsoring Transparenzregeln haben, die denen für Parteispenden vergleichbar sind, wobei man da gleich dazu sagen muss, auch die reichen nicht aus. Wir sagen Transparenz, also Offenlegungsgrenzen runter von der Zeit 50.000 für die sofortige Veröffentlichung auf 10.000 und für die Rechenschaftsberichte alle spenden und eben Sponsoring ab 2.000 Euro und das Ganze in beiden Fällen auch deckeln, um hier eben diese unseligen Diskussionen über Großspenden zu verhindern, um mehr Gerechtigkeit in dem Sinne zu schaffen, dass alle Leute spenden können, auch Unternehmen spenden können, aber eben nicht in beliebigen Maße und das wären wichtige Fortschritte bei der politischen oder bei der Transparenz der Parteienfinanzierung. Ich möchte an dieser Stelle Lena Simon vom Föbot begrüßen. Hallo Lena. Im Antrag von Jan steht, dass die Finanzierung von Veranstaltungen durch die Wirtschaft komplett unterbunden werden soll. Das heißt, es sollen auch... Das steht da für die Beratenpartei, ne? Ne, 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 das steht da nicht drin. Wir haben ja zwei Anträge hier. Wir haben einmal das Lobby- und Transparenzpaket, ich nenne es jetzt mal verkürzt. Da geht es darum, genau das, was Timo Lange gerade gesagt hat, dass wir das Sponsoring gleich behandeln mit Parteispenden, dass wir das senken, sogar auf 1.000, glaube ich, habe ich reingeschrieben, geht sogar über ihre Forderung hinaus, um da Transparenz zu stellen. Denn wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, sagen wir mal Vattenfall, dann kann ich bei der SPD einen Stand kaufen für 80.000 Euro, so, dann wird das abgerechnet, taucht nirgendwo auf. So, nirgendwo wird stehen, dass Vattenfall 80.000 Euro der SPD gespendet hat. Eine Sponsoring-Maßnahme. Das ist das eine. Das sollen wir natürlich unterbinden. Und das Zweite ist, wir müssen uns fragen, aus meiner Sicht, wenn wir all diese Transparenzkriterien anlegen, auf die Politik und gerade auf Mandatsträger, auf Parteien. Was machen wir denn selbst? Und diese Maßstäbe müssen dann auf uns gelten. Und wenn wir sagen, wir möchten nicht, dass Parteitage zur Industrie messen werden, wenn wir nicht wollen, dass man mal auf den Parteitag geht, erst mal beim Stand des BDI vorbei muss, danach beim Stand des Bundesverbandes der Musikindustrie und dann bei Vattenfall und dann kommt man erst in den Entwitzungssaal und zwischendurch laufen überall noch Vertreter rum und drücken einem irgendwelche Taschen in der Hand mit Promotionsmaterial und meinetwegen auch Freikaffee oder Freizigaretten. Das gibt es bei der FDP immer, da taucht immer der Tabakverband auf. Da muss man sich fragen, wollen wir das? Und natürlich haben wir morgen oder übermorgen noch nicht Vattenfall da. Aber wir haben das mahnende Beispiel der Grünen. Die haben auch mal angefangen mit großen Idealen und heute ist da der Bundesverband der Solarindustrie zu Hause und andere Verbände. Teilweise sind wir die Pharma-Lobby und da müssen wir uns einfach fragen, wollen wir das riskieren, dass das irgendwann bei uns auch so wird? Oder wollen wir heute schon sagen, nee, die Glaubwürdigkeit ist uns wichtiger und in der Politik wird mit einer Währung gezahlt, Glaubwürdigkeit. Und darum sage ich, nee, gar keinen mehr. Das ist natürlich dann schade für Frau Simon und den Föbert. Aber aus meiner Sicht leidet die Zusammenarbeit mit unseren zivilgesellschaftlichen Vorfeldorganisationen, nicht darunter, ob sie jetzt bei uns auf dem Parteitag einen Stand aufbauen. Da predigen sie eh zu den Leuten, die sie schon bekehrt haben. Hallo erstmal, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Geht das irgendwie? Du kannst damit, okay. Wunderbar. Also erstmal wollte ich sagen, dass mir der lange, der ausführliche Antrag sehr gut gefällt. Da habt ihr euch eine Menge Gedanken drum gemacht. Wir sind ja, wir waren ja jetzt als Föbert sozusagen die Ersten, die wirklich auf Parteitagen entstand hatten. Und wir haben selber angeregt, dass da dringend irgendwas die Piraten sich Gedanken machen müssen, wie sie das regeln wollen. Weil nämlich auf uns Leute zukamen aus, ich sage jetzt nicht welcher Industrie, aber die sagten, ah super, ihr seid unsere Speerspitze, wo wir dachten, oh nein, das wollen wir auf gar keinen Fall sein. Deswegen haben wir selber in dem Moment angeregt, die Piraten brauchen dann eine Regelung, die gut funktioniert, sodass eben genau das nicht in die Richtung wird und dass wir nicht zum Zugpferd werden, irgendwie da dann den Dammbruch herbeizuführen. Deswegen finde ich das super wichtig, dass es jetzt diese Anträge gibt und dass es da einen Diskurs drüber gibt, weil an genau die Stelle müssen wir hinkommen. Mir geht es leider, also mir geht es so, dass ich genau so durchdacht und durchdrungen, wie ich den langen Antrag, ich habe jetzt die Nummern nicht im Kopf, eins, stimmt, 001, der Antrag ist aber auch eins, deswegen ist das schwierig. Also so durchdacht, wie ich den langen Antrag finde, so zu kurz gedacht finde ich den kurzen, weil in dem kurzen, also erstmal ist gar nicht definiert, was ist jetzt die Piratenpartei Deutschland? Also es wird... Lena, ich möchte jetzt gerne von dir wissen, wie siehst du das? Muss man auf Parteitagen, Stände vollständig verbieten? Ist das deine Meinung? Siehst du das auch so? Nein, ich halte das für schwierig, also es ist ja auch schon durch eine Ausnahme, die jungen Piraten, klar, deutlich geworden, es gibt da auch eine Ausnahme, was ist zum Beispiel mit dem Klabauter-Cast, was ist, wenn die Piraten, wird ja gerade angestrebt, auch eine Stiftung gründen. Also es gibt ja auch piratennahe Dinge, es ist in diesem Antrag nicht genau definiert, was denn jetzt die Piratenpartei Deutschland, also oder Infomaterial der Piratenpartei Deutschland ist, also gehört da der Klabauter-Cast mit dazu, darf der dann auch nicht mehr auf dem Parteitag sein? Und gleichzeitig, was in dem ersten Antrag so schön drinsteht, dass eben auch politische Meinungsbildung genau damit zusammenhängt, dass eben auch Vereine, Bürgerrechtsorganisationen und so weiter mit in den politischen Prozess eingebunden werden. Genau dem trägt aber der zweite Antrag keine Rechnung, weil auf Parteitagen ja auch genau sowas stattfindet und wir haben, also beim Thema der Datenschutz ist ja, oder ich predige da bei Leuten oder wir predigen da bei Leuten, die eh schon bekehrt sind, das ist absolut nicht der Fall. Es hat uns sehr überrascht, wie wenige Leute zum Beispiel von den Big Brother Awards schon gehört haben. Datenschutz ist eins der, das zweithäufigste assoziierte Thema mit den Piraten, aber es stimmt gar nicht und ich halte es für durchaus wichtig, dass jetzt NGOs beispielsweise auch einfach ihre, die Möglichkeit haben, weiterhin die Menschen zu informieren, weil auch das natürlich die Piraten in gewisser Hinsicht auch kontrollieren kann. Und also ich finde es auch... Lea, du hast immer noch nicht auf meine Frage geantwortet, deshalb gebe ich jetzt erstmal an Herrn Lange. Ich habe ganz am Anfang Nein gesagt. Lange, ja, alles klar. An Herrn Lange weiter. Ja, also grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu. Parteien sollten sich auch im Dialog mit anderen Organisationen und Interessengruppen befinden. Wenn die Piraten für sich selber aber sagen, wir wollen auf unseren Parteitagen und auf unseren parteiinternen Veranstaltungen wesentlich strengere Regeln haben, als man sie dann auch im anderen Teil des Antrages für alle anderen Parteien fordert, finde ich das erstmal begrüßenswert. Natürlich musste man dann gucken, wie das im Detail aussieht. Wer genau und unter welchen Bedingungen da auftreten kann, darf, soll. Aber wir sehen ja jetzt auch hier gerade, wir befinden uns im Dialog miteinander, ohne dass jetzt Lobby Control oder der Föhrboot oder Transparency hier zum Catering beigetragen hat oder sonstige Sponsoring-Leistungen vollbracht hat. Und von daher finde ich das richtig, dass man hier nochmal einen Schritt drüber hinaus geht und gerade was was der Jan Hämmer gesagt hat, Glaubwürdigkeit ist das Wichtige bei Politik, bei Parteien und das würden sich die Piraten damit, ja da würden sie sich einfach nochmal herausstellen, es wäre ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich gut. Wenn man sich anguckt, wo der meiste Einfluss von Wirtschaft auf Politik ausgeübt wird, dann ist es seit Beginn der Bundesrepublik immer über die Parteienfinanzierung gegangen. Da hat es x Bundesverfassungsgericht zu Urteile gegeben und mit einer Rolle hat immer gespielt, wie weit die Zuwendungen absetzbar sind. Spenden kann ich nicht mehr absetzen, aber ich kann Sponsoring absetzen als Betriebsausgabe und deswegen sind wir auch der Meinung, Sponsoring sollte wie Spenden behandelt werden. So, das ist das eine und wenn sich dann mal angucken, was auf so einem Parteitag wirklich passiert mit den Ständen, dann ist es tatsächlich, mittlerweile sind es halbe Industriemessen und man versucht dann, die Spitzenfunktionäre rauszupicken, an den Strand zu locken und quasi um gut Wetter zu machen, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Wirklich politische Gespräche finden da meiner Meinung nach zum Teil eben nicht statt. Und wenn Sie sagen, ja die Verbände müssen da sein oder NGOs oder so, da kann ich Ihnen nur sagen, wir haben das zwar noch nicht in unserem Programm, sondern wir sind der Meinung, Sponsoring wie Spenden behandeln, aber wenn Sie vorangehen wollen, dann machen Sie einen harten Schnitt und sagen, nichts geht. Keine Stände außenrum, kein Zirkus außenrum, dann haben Sie auch keine Sparkassen, die was spenden und sponsern können und dann haben Sie auch Industrie nicht da und das schadet Ihnen gar nichts, weil ich denke, dass dieses abgekapselte Plenum, das da ist, das sind die Delegierten und das sind die Spitzenfunktionäre von Parteien, die in Bürgermeisterämtern sind, die in Ministerämtern sind, die Fraktionsvorsitzende hat, diese Top-Leute sollen da ganz gezielt beeinflusst werden. Nichts anderes ist passiert dort mit Sponsoring und das, glaube ich, das müssen Sie einfach, wenn Sie vorangehen wollen, für sich ausschließen. Lena, du hast eben mit Nein begonnen und hast dann versucht zu sagen, dass der Begriff Piratenpartei nicht definiert genug ist und dass man da viele Dinge drunter fassen kann, aber der Füllwort würde darunter nicht fallen. Wie siehst du das, dann ist es okay, dass man das dann verbietet oder findest du auch der Füllwort hat eine Berechtigung auf dem Parteitag zu sein oder nicht? Wir haben nicht eine Berechtigung darauf. Ich bin jetzt an der Stelle auch so ein bisschen hin und her gerissen, ich bin nämlich auch Piratin und denke natürlich aus beiden Richtungen nach. Es wäre schade für den Füllwort auf jeden Fall, weil ich denke eben auch, dass es wichtig ist, genau, also auch Transparency International könnte dann keinen Stand mehr machen und Abgeordnetenwatch. Ja, also die Möglichkeit wäre prinzipiell eben gar nicht mehr gegeben. Ich finde das schade. Ich finde es auch wichtig, ganz, ganz wichtig, was ihr gesagt habt, das einzudämmen und ich habe auch gar nichts gegen den Vorstoß an sich. Ich halte nur, es muss klarer definiert werden und also für mich kam zum Beispiel die Idee, dass man sagt, man hat ein Gremium, was eine Ausnahmeliste führt, was anfechtbar ist oder weiß ich nicht. Also das könnte man noch konkreter überlegen. Du bist doch Piratin, oder? Wie kommst du auf die Idee, dass es dann ein Gremium gibt, was das entscheidet? Die Piraten haben noch super viele Gremien mittlerweile. Das ist doch. Beirat wahrscheinlich noch am Ende des Tages. Dankeschön. Also es gibt, ich halte es für schwierig, wirklich zu sagen, es gibt eine Ausnahme und ansonsten ist die Liste dicht, weil ich eben auch nicht genau weiß, was dann mit anderen Sachen, die wirklich sehr piratennah sind, aber eben nicht unter dem Label Piratenpartei Deutschland laufen. Und ich fände das schade, wenn der Klabauterkast nicht mehr auf den Parteitag käme. Und also ich habe gar nichts gegen den Vorstoß. Ich würde nur begrüßen, wenn dieser zweite Antrag noch ein bisschen genauer durchdacht würde. Ja, man muss es aber nur klar lesen. Also der Klabauterkast fällt da gar nicht unter. Da geht es nur um Werbestände und das macht ihr ja auch, das ist ja auch begrüßenswert. Und ihr könnt zum Beispiel auch gerne auf sowas, also auf so einer Antragskonferenz, wird davon ja nicht erfasst. Also ihr könntet auch hier einen Stand aufbauen. Aber muss das auf dem Parteitag sein. Und du sagst ja selber, ihr kommt da hin, um dort Leute zu überzeugen. Ich meine, das unterscheidet euch im Endeffekt dann auch nicht von den Vattenfalls dieser Welt, wenn du mal wirklich ehrlich bist. Und die Frage ist doch, wollen wir diesen Preis bezahlen, dafür eine Sache, wo wir sowieso schon einig sind, wo wir sowieso zusammenarbeiten, aber der Preis ist dann, dass wir irgendwann da halt auch die BSR haben. Erstmal die BSR und ein paar Jahre später dann Vattenfall. Und der Preis ist mir persönlich und im Liquid Feedback offensichtlich auch eine ganze Menge anderen Leute schlicht und einfach zu hoch. Ich bin nicht bereit, ihn zu bezahlen. Vielleicht ist es ja möglich, da auch genauer zu differenzieren. Also das Problem an der Sache ist ja, dass genau die Vattenfalls dieser Welt, die sowieso ein total starkes Übergewicht haben in der Lobbywelt, sage ich jetzt mal. Und dass genau die Bürgervereine, die Vereine aus der Zivilgesellschaft, dass die sowieso schon immer hinten runterfallen. Und das wäre ja eigentlich gar nicht schlecht, um jetzt ein Gleichgewicht herzustellen, auch zu versuchen, da nochmal differenzierter drüber nachzudenken, wie können wir eine Definition schaffen, dass wir die Vattenfalls und Sparkassen oder was auch immer nicht da haben, aber trotzdem die Zivilgesellschaft auch vertreten werden kann. Weil um die Zivilgesellschaft geht es uns doch. Herr Lange, sehen Sie, meinen Sie, man kann da zwischen Gut und Böse unterscheiden, wie Herr Bäume so schön gesagt hat? Gibt es die Möglichkeit? Nur ganz kurz. Das ist nicht zu empfehlen. Die Diskussion führen wir auch unter anderem beim Lobbyregister. Wir könnten dann die gleiche Diskussion bei Parteispenden führen. Wir könnten sie auch bei Nebentätigkeiten führen. Abgeordnete dürfen da arbeiten, dürfen bei den Guten arbeiten, aber nicht bei den Bösen. Im Lobbyregister müssten sich auch nur die eintragen, die Profitinteressen haben. Da begibt man sich auf ganz schwieriges, auf verfassungsrechtliches Terrain. Ich würde sagen, Regeln, die für alle gelten, sind vielleicht dann auch mal zum Nachteil für die in Anführungszeichen Guten, bringen aber insgesamt einen Fortschritt und helfen insgesamt dabei, den Einfluss gerade der Großen und Mächtigen zurückzudrängen. Und da zahlt man dann vielleicht einen kleinen Preis auch auf NGO-Seite dafür, aber das bin ich bereit, dann hinzunehmen. Gut, dann sind wir uns ja relativ einig hier oben in Nöhrende. Die Frage ist dann einfach nur, kann man zwischen Gut und Böse unterscheiden? Gibt es da Möglichkeiten, Grenzen irgendwie zu ziehen? Bisher hat zumindest das Podium noch keine Methode hervorgebracht, die relativ befriedigend dafür wirkt. Herr Bäumel, im Gegensatz zu anderen Ländern hält sich Korruption, das ist ja auch ein großer Teil des Antrags, doch noch in Grenzen. Der Antrag geht darauf, das stelle ich gerade als Frage dar, hält sich doch noch in Grenzen. Sind Sie auch der Meinung, dass das so ist? Und wenn das so ist, die UN-Konvention gegen Korruption ist ja noch nicht umgesetzt. Haben wir es dann einfach nicht nötig, das zu tun? Liegt es daran? Ja, also zum Beispiel CDU und FDP finden, dass wir es nicht nötig haben und sie wollen nichts machen. Und es ist natürlich die richtige Frage. Die einen sagen, es gibt keine Korruption bei den Abgeordneten, na wie soll es denn auch, wenn es nicht strafbar ist, sondern geduldet wird, dann wird sich niemand darum scheren. Wir sind der Meinung, beziehungsweise es gibt einen ganz einfachen Grund. In der UN-Konvention werden Amtsträger und Mandatsträger, also gewählte Abgeordnete und Beamte quasi gleichgesetzt. Das geht nach deutschem Recht nicht. Und darum, es gibt zwar Bestechungsgesetz für Beamte, also für Amtsträger, aber eben nur in ganz, ganz abgeschwächter Form für Abgeordnete. Und darum haben wir diese Konvention noch nicht unterzeichnen können. Das ist also der rein technische Stand. Und dann ist es so, dass wir seit 2003, als die Konvention unterzeichnet sind, Dutzende von Aktionen gemacht haben, Pressekonferenzen gemacht haben und wir sind immer mit dem Kopf gegen die Wand gerannt. Es gibt drei Vorschläge mittlerweile, drei Gesetzesvorschläge von den Linken, den Grünen und der SPD. Und in der öffentlichen Debatte sind die jeweils abgemeiert worden mit den fadenscheinigsten Argumenten. Also das muss man alles nicht akzeptieren, denke ich. Und das ist die Frage, wie groß wird der öffentliche Druck, bis sich dann die Union endlich entscheidet, da mal auch zuzustimmen oder was zuzulassen. Oder die Mehrheiten ändern sich im Bundestag. Daran muss man dann entsprechend arbeiten, dass sowas geschehen kann. Aber es kann eben nicht sein, dass Abgeordnete quasi einen Freibrief für die Annahme von gestänkten Vorteilen und, und, und haben und man immer die Augen zumacht und glaubt, dass also die politische Entscheidung dadurch nicht beeinflusst wird. Ich weiß nicht, wie lange die Diskussion noch geht. Darum möchte ich noch einen anderen für mich grundsätzlichen Punkt ansprechen. Und zwar, wenn man den Antrag liest, gibt es immer verschiedene Institutionen, die über etwas entscheiden. Der Bundespräsident soll also zum Beispiel der Ausführungsbestimmungen machen. Ein Beauftragter soll, weiß ich jetzt nicht, Karenzzeiten festlegen. Ich glaube, und wer das Lobbyregister führt und beeinflusst oder so und das also richtig pflegt, das weiß man auch nicht so genau. Wir meinen, dass es einen Beauftragten geben sollte für Transparenz und Politikfinanzierung. Und dieser Beauftragte muss natürlich auch einen entsprechenden Apparat haben, wie er zum Teil für Parteifinanzierung bei der Bundestagsverwaltung angesiedelt ist. Diese Institution, die von einem Beauftragten geführt wird, der sollte mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen, sollte nicht wiederwählbar sein und sollte dann meinetwegen für acht oder zehn Jahre einmal gewählt werden, sodass er auch nicht beeinflusst ist und flussbar ist und dass er eine bestimmte Eigenständigkeit hat und dass er auch nicht dominiert werden kann von einzelnen Parteien ausgesucht werden kann. Das wäre mir ganz wichtig. Und diese Institution, die könnte dann das Lobbyregister, die müsste dann erstmal gesetzlich verankert werden. Und in diesem Gesetz müsste dann auch verankert werden ein verpflichtendes Lobbyregister. Da könnte man dann auch einen Hinweis auf die Verhaltensregeln geben. Und es kann, das war auch unklar, die Ausführungsbestimmungen, die kann man sich im Kern schenken und man darf sie auf keinen Fall dem Bundestagspräsidenten überlassen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel gesagt, dass die Angabe bei Nebentätigkeiten oder bei Nebentätigkeiten für Anwälte, das kann zumindest die Branche genannt werden. Das steht auch so drin in der Geschäftsordnung. Aber in den Ausführungsbestimmungen, die der Bundestagspräsident erlässt, steht das wiederum nicht drin. Folglich geben die Anwälte das auch nicht an. Also man kann sich diese Ausführungsbestimmungen des Bundestagspräsidenten schenken, wenn man ein gezielt gute Verhaltensregeln und auch relativ einfach macht. Wenn man diesen Beauftragten dann auch noch die Parteifinanzierung zur Kontrolle überträgt, dann wäre das ein weiterer Schritt, dass der Bundestagspräsident, der in bestimmten Situationen, das ist ein jeweils ein Top-Funktionär einer Spitzenpartei, einer Volkspartei, sage ich mal. Und wieso sollte der total neutral sein? Der mag sich ja bemühen, aber beim jetzigen sehen wir, beim Sponsoring macht er die Augen zu und zwar seit 2001. Da hat es eine Kommission beim Bundespräsidenten gegeben zu Parteifinanzierung und da steht drin, dass also Sponsoring ein Problem ist und wir sagen ihm das in regelmäßigen Abständen immer und er macht nichts. Sponsoring lässt er einfach zu in seinen Berichten, schreibt er dann, er hätte geprüft und das wäre alles normal. Es ist eben nicht alles normal. Bei großen Industriemessen kostet Platz nur die Hälfte wie bei Parteien oder möglicherweise auch noch mehr. Also das kann so alles nicht sein und man sollte, glaube ich, diese ganzen Funktionen, die Transparenz in der Politik und Parteien finanzieren, die Kontrolle und die Begleitung, dass das alles funktioniert und öffentlich gemacht wird, tatsächlich einem einzigen Beauftragten machen, der entsprechende Verwaltungsstrukturen hat, dann kann man das auch durchsetzen und ich denke, dann ist diese Abhängigkeit von Parteien schon mal gedämmt. Vielen Dank. Das war mir noch wichtig. Herr Bäumel hat ja jetzt schon einige Dinge noch aus dem Antrag angesprochen, unter anderem das Lobbyregister, Herr Lange. Ich habe da einmal die Frage, was hat es damit auf sich, wofür ist das gut? Es melden sich doch alle an, die in den Bundestag reingehen. Und die zweite Frage, die ich an Sie noch zum Abschluss stellen möchte, was ist Ihr Fazit? Der Antrag, den Jan jetzt geschrieben hat und formuliert hat, ist der genug für die Piratenpartei, ist das eine gute Grundlage für die Piratenpartei, um in den Bundestag einzuziehen und unabhängig zu sein? Ja, also der Antrag enthält viele sehr sinnvolle Elemente, aber gerade beim Lobbyregister, wenn der Antrag so umgesetzt werden würde oder wenn ihr damit so in den Bundestagswahlkampf zieht, ist klar, dass der bleibt in der jetzigen Form hinter den Anträgen oder hinter der Beschlussfassung von SPD, Grünen und auch Linken zurück. Das würde ich nicht empfehlen, das als Piratenpartei zu machen. Bei dem Antrag, wie es hier formuliert ist oder bei dem Lobbyregister, wie es hier formuliert ist, handelt es sich im Grunde um eine modifizierte Verbändeliste, die sinnvollerweise den Kreis, den Akteurskreis ausdehnen würde, die sich da eintragen müssen oder die einen Anreiz haben, sich eintragen zu müssen, der aber keine wirkliche Lobbytransparenz herstellen würde. Worum geht es da? Wir wollen wissen, wie viele Lobbyisten arbeiten in Berlin, für wen arbeiten die, wer sind Auftraggeber, welche Lobbybudgets werden ausgegeben und das wollen wir nicht nur für Lobbyisten, die einen Hausausweis für den Bundestag haben. Das ist keine Voraussetzung, um Lobbyarbeit zu machen. Wir haben gerade diese Debatte, führen sie in der Europäischen Union in Brüssel seit einigen Jahren. Da haben wir jetzt einen Fortschritt. Seit letztem Jahr ist es tatsächlich so, dass alle Lobbyisten, die einen Hausausweis haben wollen, einen längerfristigen Hausausweis, sich mit ihrer Organisation in ein Lobbyregister eintragen müssen. So, wir sehen aber auch da, dass wichtige Lobbyakteure, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die in Brüssel auch lobbytechnisch eine große Rolle spielt, da einfach nicht drin steht und die sagen auch offen, ja warum sollen wir uns da eintragen, das ist ja freiwillig. Wir gucken da gerne rein und schauen, was die anderen da so angeben, aber für uns gibt es überhaupt keinen Grund, sich da einzutragen. Und deswegen brauchen wir ein Lobbyregister auf einer gesetzlichen Grundlage, das kann man nicht mit einer Geschäftsordnung machen. Also man kann da eine anreizbasierte, freiwillige Lösung machen, die sicher besser wäre als die bisherige Verbändeliste. Aber wenn man wirkliche Lobbytransparenz schaffen will, dann muss das auf gesetzlicher Grundlage stehen. Das geht mit Grundrechtseingriffen einher, allein deswegen muss es ein Gesetz sein. Und, also Grundrechtseingriffen im Sinne von, natürlich muss man dann irgendwie Unternehmen zum Beispiel dazu zwingen, dass sie, also eine Lobbyagentur, dass sie ihre Kunden offenlegt. Das wollen die nicht und das muss man dann eben begründen, dass hier das Transparenzinteresse der Öffentlichkeit so groß ist, dass es den, das Betriebsgeheimnis, den Anspruch der Agentur überwiegt. So, das kann man machen, das gibt es in anderen Ländern, dafür gibt es Vorbilder. Das Lobbyregister darf sich auch unserer Ansicht nach nicht nur auf den Bundestag beschränken. Lobbyarbeit findet, ich würde sogar sagen, vor allem in Bezug auf die Exekutivorgane statt. Da gehen die allermeisten Gesetzentwürfe ihren Lauf oder nehmen da ihren Anfang. Als Lobbyist ist es immer zentral wichtig, möglichst früh dran zu sein, informiert zu sein darüber, was passiert in der Politik. In den Ministerien entstehen die allermeisten Gesetze, auch das bietet mir eine Einflussmöglichkeit, die noch intransparenter ist als über das Parlament. Und das Parlament bringt an sich schon gewisse Transparenz mit sich. Das sind Abgeordnete, da sind verschiedene Parteien, die sind der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich. Die Ministerien sind für den Otto-Normal-Bürger an sich schon sehr viel schwerer zugänglich und für die Lobbyisten aber umso leichter. Und daher brauchen wir ein Lobbyregister, das eben von einem unabhängigen Beauftragten geführt wird, wie Herr Bäuml das gerade schon gesagt hat, nicht der Bundestagspräsident. Kanada haben wir zum Beispiel ein Vorbild, da gibt es einen Commissioner for Lobbying, Transparency, da gibt es auch einen Kommissar für Interessenkonflikte, sowas können wir uns in Deutschland auch vorstellen. Und dann eben das Lobbyregister auf die gesetzliche Grundlage stellen und für alle verpflichtend machen, dann bräuchte man eine Definition. Wir sehen, dass es schwierig ist, in Brandenburg beispielsweise gerade eine Definition davon, wer ist eigentlich Lobbyist, was sind dementsprechend Lobbytätigkeiten und wenn wir diese Definition juristisch klar haben, und das ist möglich, man kann das nicht irgendwie subjektiv machen und sagen, ja irgendwie will da jemand was beeinflussen, das geht natürlich nicht, aber wir wissen, wie das geht anhand objektiver Kriterien, eine Grenze auch zu ziehen zwischen dem normalen Bürger, der normalen Bürgerin, die mal mit dem Abgeordneten spricht und eben dem professionellen Interessenvertreter der Interessen von Dritten gegenüber der Politik vertritt, die sollen sich eintragen und wenn wir diese Definition haben, dann hat das Seiteneffekte, die ich nicht zu unterschätzen finde, wenn wir darüber sprechen, wie Politiker aus ihrem Amt in Lobbytätigkeiten wechseln. Das ist auch immer die Frage, ja was sind denn eigentlich Lobbytätigkeiten, wer definiert das? Wenn wir das juristisch klar haben durch den Lobbyregister, hilft uns das dabei, auch bei den Nebentätigkeiten könnten wir sehr viel besser fassen, wer sind eigentlich die Lobbyisten, wer ist eigentlich die Organisation, bei der da jemand im Beirat sitzt, was machen die denn sonst noch so? Also dieser Transparenzgewinn würde sich in andere Bereiche wie Nebentätigkeiten, wie Karenzzeiten positiv hineinstrecken. Ich möchte das erstens mal alles unterstreichen, kann man eins zu eins übernehmen, ich möchte aber noch kurz daran erinnern, wie die Österreicher das zum Beispiel geregelt haben, die haben jetzt also ein großes Transparenzgesetz gemacht, ja aber da darf man zum Beispiel, dann sind die Anwälte schon mal ausgenommen und die Anwälte sind auch bei uns schwierig und da glaube ich wäre es sinnvoll, wenn in so ein Antrag reinkommt, dass die Lobbytätigkeit von Anwälten, die man durchaus trennen kann von forensischer Tätigkeit, dass man die einfach nicht mehr unter das Anwaltsgeheimnis fallen lässt. Also sowas wäre zum Beispiel eine sinnvolle Anregung und könnte man machen. Dann das zweite wäre, wir wollen Footprints haben, also Fußabdrücke in der Gesetzgebung. Es sollte in einem Gesetz, wenn es gemacht wird, so wie Begründungen drinstehen, könnte man auch anführen, wer mit welchem Gutachten, mit welcher Stellungnahme von wem Einfluss genommen hat. Also Professor XY beauftragt von dem und dem. Dann würde über kurz oder lang ganz schnell klar werden, welche Professoren für wen arbeiten und wie das zu beurteilen ist und der einzelne Abgeordnete und auch die Öffentlichkeit hätte einen ganz anderen Überblick über diejenigen, die Einfluss nehmen. Da muss nicht das Gespräch drin stehen, aber Gespräche haben meistens eine Grundlage, eine schriftliche Grundlage und die könnte man in die Gesetzgebung mit einfließen lassen. Das heißt, man könnte, wenn also so ein Gesetz verabschiedet wird, neben der Begründung solche Footprints anführen. Vielen Dank Ihnen beiden für das Fazit. Wenn du dich ganz kurz hältst, darfst du jetzt auch noch was sagen, denn wir haben schon überzogen und du bist die Orga. Erstens bin ich nicht die Orga, sondern wir alle sind die Orga. Herr Lange hat absolut recht. Natürlich brauchen wir als Endziel so ein sehr hart gefasstes Gesetz. Nur halte ich es für nicht zielführend, mit solch einer Forderung in den Wahlkampf zu ziehen. Denn Sie haben das ganz große Problem schon genannt. Es ist im Endeffekt und aus meiner Sicht auch nicht wirklich zu definieren, wer es Lobby ist und wer nicht. Wir haben das Beispiel gehört die Anwälte. Wir sehen es immer mehr, dass im Lobbybereich Anwälte sogenannte 360-Grad-Lösung anbieten. Da kommt dann die Rechtsvertretung, die Kartellprüfung und der Public Affairs-Bereich, also der professionelle Ausdruck für Lobbying, aus einer Hand. Und zwar genau aus dem Grund wegen des Anwaltsgeheimnisses. Und wenn wir anfangen, hier zu fordern, dass wir das Anwaltsgeheimnis antasten, dann machen wir ein Fass auf, was uns im Endeffekt wahrscheinlich nur schaden wird. Und dieser Antrag fordert deswegen nur, dass Lobbyregister erstmal beim Bundestag, aus zwei Gründen. Erstens brauchen wir da wirklich einen Mentalitätswandel in der Politik. Wir brauchen erstmal die Bereitschaft, dass man ein Transparenzregister an Lobbyregister führt. Das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Und da kommen wir mit Maximalforderung, glaube ich, nicht hin. Da müssen wir realistisch sein. Das Zweite ist, das ist deswegen beim Bundestag, weil es mir ganz wichtig ist, dass das unter der Kontrolle des Parlamentes bleibt. Denn ich möchte nicht, dass wir einen mehr oder weniger unabhängigen Transparenzzar haben. Wahrscheinlich dann noch angeordnet bei der Bundesregierung, wenn wir auch eine Rechtsperson brauchen. Vielleicht nicht Fachaufsicht, aber Rechtsaufsicht. Und der entscheidet dann, wer einen Hausausweis bekommt. Das heißt nämlich im Endeffekt, dass ein Exekutivorgan oder beide Exekutiv angeordnet, darüber entscheidet, wer Zutritt zum Parlament bekommt und wer nicht. Und da bin ich der Meinung, das sollte das Parlament selber entscheiden und nicht irgendjemand anderes, der wahrscheinlich auch noch einen Beirat hat, wo wiederum Lobbyisten Einfluss drauf nehmen. Deswegen halte ich es für mittelfristig, kurzfristig am zielführendsten, wenn wir erstmal diesen Weg nehmen. Das ist übrigens auch der Weg, der bei uns Liquid Feedback für Berlin auch beschlossen ist. Müssen wir auch mal darauf hinweisen. Und deswegen habe ich das hier so formuliert. Aber langfristig gehe ich Ihnen absolut recht. Da muss es ein hartes Gesetz geben, in dem das ganz klar definiert ist. Und da muss man leider auch den Begriff Lobbyismus angehen, was bis jetzt ja gar nicht passiert, weil es so amorph ist, dass wir da nicht weiterkommen. Ja, dann danke nochmal für die Ausführungen. Ich sehe schon, es gibt noch eine Menge Gesprächsbedarf auch für die Zukunft. Aber zumindest sind sich, wenn ich das richtig gesehen habe, die meisten hier relativ einig, dass der Antrag zumindest eine ganz gute Basis bildet, um weiter zu sprechen, weiter zu diskutieren und weiter daran zu arbeiten. Herzlichen Dank an alle Podiumsmitglieder. Ich muss wirklich aufhören, denn wir haben schon überzogen. Lena darf auch noch Ihr Fazit ziehen und dann mache ich aber Schluss. Es ist nett, ja. Also ich wollte nur sagen, ich habe, als ich damals Padelunen auf den ersten Parteitag, wo ich ihn mitgenommen habe, geschleift habe, da habe ich irgendwie in dem Moment gar nicht daran gedacht, dass das irgendwie aus der Richtung ist, sondern ich dachte eigentlich, ich unterstütze die Piraten damit, dass ich den Füllboot mal ein bisschen mehr auch in diese Arbeit reinbringe. Ich fände es schade, wenn solche Organisationen nicht mehr auf Parteitagen auch kommen könnten. Ich halte es aber insgesamt auf jeden Fall für wichtiger, da Grenzen zu ziehen, dass wir uns da auch einfach an die eigene Nase packen. Mir kam noch ein Vorschlag. Im Fußball gibt es die rot-gelbe Karte oder die rote Karte, sodass ein Spieler für das nächste Spiel gesperrt ist. Und wenn man den Abgeordneten sagt, naja, ihr müsst jetzt so und so viel Buße zahlen dafür, dass ihr irgendwie bestechlich wart, darüber haben wir jetzt nicht so viel geredet, dann, na gut, das Geld haben sie vielleicht vorher schon genau durch die Bestechung eingenommen oder so. Vielleicht gibt es ja auch noch kreative Möglichkeiten zu sagen, ja, je nachdem bist du halt jetzt für die nächste Woche, verlierst du dein Stimmrecht im Bundestag. Das könnte besonders dann interessant werden, wenn die Mehrheiten knapp sind. Also vielleicht kann man ja auch kreativ, wir sind ja genau dafür oder damit auch angetreten, manchmal uns auch neue Sachen auszudenken. Vielleicht kann man ja auch in solche Richtungen denken. Ich finde es auf jeden Fall total wichtig, dass hier was passiert und die Piraten auch selbstkritisch da rangehen. Danke, Lena. Wir denken und arbeiten einfach weiter. Und wir starten dann in den nächsten Programmpunkt, würde ich sagen. Es tut mir sehr leid, dass wir bei dem großen Thema nur 40 Minuten diskutieren können. Und ich letzt auch leider niemanden aus dem Publikum noch zusätzlich dran nehmen konnte. Wir haben uns beste Mühe gegeben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Herrn Lange, herzlichen Dank an Herrn Bäume, herzlichen Dank an Lena und Jan.